Ja hallo liebe YouTube-Fans. Ja ich habe mir gedacht heute, weil Halloween ist und ich meine 400 Abonnenten erreicht habe, dachte ich kombiniere das ganze immer so ein bisschen und bin hier draußen mitten in der Wallachei, wo es dunkel ist, gruselig. Außerdem ist das hier ein ganz spezieller Ort und zwar wurden hier früher Hexen verbrannt und ich dachte mir, ein bisschen mal mutig, gehst du mal raus. Ich meine bei meinen Let's Plays, ich sag mal Alien Isolation, war ich jetzt nicht so gerade wirklich tapfer. Deswegen muss das hier ein bisschen wieder gut machen und ja auf diesem Wege würde ich auf jeden Fall Happy Halloween wünschen und lasst euch nicht so viel erschrecken. Aber das ist ziemlich geil. Meinst du die Leute glauben, dass wir mit dem Hexen-Damp oder mit? Hey, das sollt man so scheiß glauben. Ja, mal gucken, ob wir jetzt nach oben zwischen. Ja, klar. Ja. 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 Sieht's aus?